Angenommen, angenommen, du könntest für drei Minuten die Zeit anhalten, was würdest du dann tun? Puh, wenn ich drei Minuten hätte, dann würde ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir einen Twitch-Stream hätten, in dem irgendwelche technischen Probleme oder so sind, diese drei Minuten nutzen, um alles zu beheben und danach einfach weiterzumachen, als wäre nie etwas passiert. Puh, wenn ich drei Minuten Zeit hätte, ich glaube, ich würde in Gesprächen einfach die Zeit anhalten und mir schlagfertige Antworten ausdenken, das würde ich machen. Wenn die gesamte Welt stillstehen würde, dann würde ich auch keine Anrufe bekommen, keine E-Mails, keine Social-Media-Nachrichten, also würde ich die Gunst der Stunde nutzen, um einfach die Ruhe zu genießen. Was würdet ihr machen, wenn ihr die Zeit drei Minuten anhalten könntet? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wenn ihr mehr zu FragTime wissen wollt, dann schaut auf unserer Website kc-online.de vorbei.